Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Gewürzessig. Der Gewürzessig rundet jeden Salat mit einen sehr milden Säure ab. Dieser eignet sich auch als Einmachessig. Der Würzessig ist ein Essig, der durch Zugabe von Kräutern, Gewürzen oder Früchten aromatisiert wurde. Dabei gehen durch Maceration Aromen in den Essig über, werden gebunden und so konserviert. Für einen Liter werden folgende Zutaten benötigt. Grundwürze 0,2 Liter Weißweinessig oder Rotweinessig 8 schwarze Pfefferkörner 8 weiße Pfefferkörner 5 Fenchelsamen 10 Pimentkörner 8 Gewürznelken Halbe Zimtstange 5 Korianderkörner Lorbeerblatt 1-3 rote Chilis Auffüllen 0,8 Liter Weißweinessig oder Rotweinessig Folgende Utensilien werden benötigt. Topf Flasche Größere Flasche Feinsieb mit einem Passiertuch ausgelegt Kochlöffel Trichter 2 Schüsseln Kaffeefilter und 1 Trichterförmigen oder runden Behälter für Kaffeefilter Zubereitung Zubereitung Alle Gewürze in einem Topf mit 0,2 Litern Essig aufkochen lassen, 5 Minuten stehen lassen und über einen Trichter in die Flasche gießen. Mit dem restlichen Essig auffüllen. Mazeration Die Flasche ca. 2 Wochen an einem warmen Ort der Sonnenstrahlung aussetzen. Zwischendurch den Essig immer wieder gut durchschwenken. Filtern Den Inhalt der Flasche durch ein Feinsieb in eine Schüssel abseihen. Das Feinsieb mit einem Passiertuch auslegen und den Inhalt der ersten Filtration erneut durch das Passiertuch abseihen. Den Gewürzessig mit einem Trichter in eine Flasche abfüllen. Schließlich den Gewürzessig über einen Kaffeefilter in eine saubere Flasche abfiltern. Haltbarkeit Dieser Essig hält sich an einem dunklen Ort ca. 9 bis 12 Monate. Essig zum Würzen von Salaten Abrunden diverser Gerichte Einmachen Variationen Entr myślę W singing www.ännenstrahlung